Er hat hier alles aufgebaut, Team mit dabei. Die Toma Infratech soll mal bitte ganz schnell aufs Volleyballtag, denn da geht es jetzt in die Finalrunde. Und wir schauen mal hierher, er hat hier alles aufgebaut. Boote ist da, Pokale sind da. Wenn ihr auf welches Pokal ein bisschen am stolzesten verredet, die hier stehen. Eigentlich sind alle gleichartig. So, mindestens zwei oder drei Weltmeister-Mokale fahren aber nicht sehr. Da gibt es da keinen anderen, ist das ein Mangel-Mokal oder darf man lieber halten? Nein, also der PK ist einfach. Ich stehe jetzt der Heismann und der Komma, ich habe keinen. Jetzt werden sich natürlich manche fragen, wie kommt man eigentlich zu so einem Spruch? Weil sowas hat man ja nicht einfach in der Garage stehen. Bist du über das Hunde-Rotos hingekommen oder hat es dann doch schon dieses Pokal? Nein, also ich bin quasi Leichmaus als Talent-Spieler. Im Wettbewerb ist das so entstanden. Ich wurde das verliebt, dass damals die Möglichkeit gegeben, mal Schlaufen kurz zu stoppen. Das hat mir recht gut gefallen. Das war mir auch schnell, dass wir langsam sind. Mit der Spaß und dem Schluss damals, hat man mir die Möglichkeit gegeben, Material zu erhalten. Und zwar die Röder, die sind für den Künstler vom Test, die ich dann für das Künstler zurecht habe. Ja, also so bin ich wirklich groß geworden. Ja, wenn ich Step by Step, die man weitergekommen habe, die hat man die Sachen ein bisschen weitergekommen. Und mit auch noch vor der Nase, die muss ich mal ein bisschen sagen. So am Ende, ja, das war mir auch schon bei der Künstler, das war mir geschafft. Ja, die Saison beginnt eigentlich, also die Rennsaison beginnt im Mai, die endet meistens noch so. Aber man kann sagen, die komplette Saison 7.7 fest, die A-6 fest, und meistens für K-4 schon statt, dann haben wir in Italien, weil es eine gute Säge haben und erfüllt. Ja, am Ende ist der Stock schon teilweise A-8-Gesammort. Ja, wenn man Weltmeister ist, ist man in der Home-Ein-Stelle zurückgegangen. Aber bei Sumsport kann man dann aber einen anderen Beruf machen, oder ist das ein super Profis? Nein, nein, also leider ist es in der Klasse noch so, dass man wirklich in Bayern noch einen Job haben muss. Habe ich aber den großen Vorteil, dass mein Arbeitgeber gleichzeitig eine Hauptstunde ist, gleichzeitig mein Team-Shift. Ja, also Frank-Tember auf jeden Fall ist bei mir in jeder Lebenslage der Mann, die haben wir das zu sagen. Wollen wir uns mal so einen Teil zu gucken, wir haben hier ein bisschen was hier. Ist das dein Wettkampf-Russ hier? Ja, genau, das ist das 2.5-Wettkampf-Wettkampf. Auf dem man dann beim Vorfahren für 2.5-Wettkampf-Wettkampf-Wettkampf ist ein anderer, ein bisschen kleiner, das ist aber ein bisschen mit dem Buch. Es erheblich, also auch wenn, siehst du hier, wenn man so als Zuschauer hier, als erstes nach Formel 1 war, das ist nicht wunderschön, wie groß diese Formel 1 ist. Oder man kann da gar nicht mehr sein, ich hab sie hier mal größer vorgestellt, aber größer auf Gewicht, und das ist dann halt auch Geschwindigkeit, oder? Ja, das ist auch ein bisschen sehr sauber. Also alles was größer ist, das ist natürlich ein drücklicher Gewicht, beziehungsweise hat er auch was mit der Prozüge an alles zu tun, oder mit dem Wettkampf-Wettkampf-Stand, also das ist natürlich alles in kleinem Wettkampf. Jetzt läuft ja wirklich eine neue Saison, wie bist du reingekommen? Ja, diese Saison, für mich natürlich, bis jetzt optimal, zwei Probe-Leute, Euro-Meisterschaften, drei Mal Weltmeister in dieser Saison, so, jetzt habe ich noch zwei Euro-Meisterschafts-Leute, und ab und bis dahin schauen. Ja, da kann man sagen, du bist garantiert der erfolgreichste Sportler der Stadt, weil ich glaube, so viel Weltmeister- oder Europameister-Titel hat hier noch keine Saison. Ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich denke schon, ja. Ich glaube, wenn wir für... Sag mal, jetzt hatten wir irgendwie so ein Wohlein...